Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal gibt es ein fettes Gewinnspiel, ich fange damit gleich mal an. Erstmal eine fröhliche Weihnachtszeit und heute oder morgen ist für euch Weihnachten, ich hoffe ihr kriegt nice Geschenke und verbringt eine geile Zeit. Und jetzt kommen wir direkt zum Gewinnspiel. Ihr könnt als erstes 5 Plätze in meiner Freundschaftsliste gewinnen auf Gomme, einfach so, weil sich das immer Leute wünschen, also könnt ihr hier quasi da reinkommen. Durch die Bedingung. Es gibt auch noch mehr zu gewinnen. Also die Bedingung ist erstmal das Video zu liken, würde ich ultra freuen, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich würde mich mega freuen über die Unterstützung. Und natürlich müsst ihr einen Kommentar schreiben, am besten schreibt ihr mir eine Plattform, wo ich euch anschreiben kann. Das heißt Twitter oder Insta, weil YouTube ist ein bisschen blöd. Also schreibt einfach einen Kommentar und dann gibt es noch zu gewinnen eine Amazon Gutscheinkarte im Wert von 5 Euro. Also könnt ihr euch bei Amazon irgendwas kleines gönnen oder eben einen Rabatt quasi. Und dann kriegt ihr noch einen Monat Premium jemand, also es ist immer einzeln. Und zwar einen Monat Premium auf Gomme oder Timolia, halt nach eurem Wunsch im Wert von 10 Euro. Und ja, das war es jetzt mit dem Gewinnspiel und jetzt startet das eigentliche Video. Bis gleich. Ich wünsche euch natürlich viel Glück zu gewinnen an jeden Einzelnen. Am besten schreibt ihr nur einen Kommentar, weil mehrere Kommentare werde ich löschen und werden wieso nicht gezählt. Zudem kann ich anmerken, für Leute, die mehr Bock auf Giveaways haben und so, ihr könnt ja mal auf die Links in der Beschreibung klicken. Ich weiß, das ist total schwachsinnig. Es sind irgendwelche Ref-Links, wo ich halt mit Geld verdienen kann oder tue. Ich hoffe es. Es ist über Reach Hero, also einer öffentlichen Plattform. Sollte funktionieren. Und wenn eben genug Leute auf den Link klicken, verdiene ich halt genug Geld. Also in dem Fall wäre das, glaube ich, pro 1000 Klicks sogar 20, 30 Euro. Oder ihr klickt auf alle Links. Und ja, ich los das wahrscheinlich aus mit der ganz normalen Website. Diese random.org-Website ist es, glaube ich, wo man alle Kommentare einlesen kann. Und es wird halt einzelne Gewinner geben. Und wenn jemand sagen, wer angenommen doppelt gewinnt oder mir fällt es halt auf, dass es ein Multi-Account ist, ohne Profilbild, bla bla. Das überprüfe ich schon. Wenn nicht, wenn ich mir nicht unsicher bin, dann los ich es neu aus. Und es sollte alles fair sein. Ich werde morgen das Giveaway direkt auflösen. Also ich weiß nicht, ob ich es in einem Video machen werde, weil das ist vielleicht zeitlich nicht möglich, weil Weihnachten rum ist. Aber die Gewinner erhalten auf jeden Fall ihren Gewinn. Und wenn ihr eben auf diese Ref-Links klickt und ich ein paar hundert Klicks bekomme, dann schaffe ich es vielleicht damit, 20 Euro oder so zu verdienen. Und kann dann wieder ein Giveaway machen für euch. Und ja, das ist, finde ich, eine ganz coole Option. Ihr müsst jetzt nicht dafür irgendwas zahlen oder so, dass ihr gewinnen könnt, sondern einfach nur auf die Links klicken. Das ist auch kein Virus oder so. Das Beispiel, es ist ganz normal so Promotion für einen Song oder so. Und oh Gott. GG. Die Hits waren krank. Es ist halt ganz normal so Promotion. Und da wäre ich ultra dankbar, weil dann kann ich öfters Giveaway Waste machen. Das nächste wird vermutlich von mir kommen an Silvester zum Neujahr. Und ich glaube nicht, dass der so Letchit ist, aber ich weiß es nicht. Egal. GG. Und an Silvester verlose ich das nächste Mal was dann. Ich hoffe, sowas gefällt euch. Dann lasst wirklich mal einen Daumen nach oben da. Ich meine, das ist zwar keine Pflicht fürs Gewinnspiel sozusagen, aber es würde mich halt auch mega freuen oder unterstützen. Weil sowas macht man dann doch nicht jeden Tag so ein Giveaway. Und holy shit lag das. Links könnt ihr zum letzten Video kommen und rechts könnt ihr mich abonnieren. Und dann war es das mit dem Video, Leute. Tschau.